Hallo zehnmal, ich habe hier niemand anderes als Jonas Hiller vor der Kameralinse bekommen. Ja Jonas Hiller, 3 zu 5 genommen, äusserst knapp gegen den von Ritus der Rosen. Wie einfach für die Steine sind ihr jetzt vom Rücken? Ja, es war ein ganz schwieriges Spiel. Vor allem in der ersten Hälfte hatte es Feuer und mit nötigem Glück sind wir zum Schluss noch mitgekommen. Jetzt habe ich gehört, dass ihr ein spezielles Föhrtraining gemacht habt. Und das hat man gemerkt. Wie war das so abgelaufen in so einer Druckkamera? Ja, es war unterschiedlich. Wir sind heute Morgen noch auf dem Reishorn, um die letzten roten Blutkörperchen noch aufzusammeln oder produzieren. Und ja, wir sind seit dem 25. da, ein bisschen grüner angereist, dass wir uns optimal auf das Spiel vorbereitet. Ja, das hat man auch gemerkt. Also, du bist auch noch eineinhalb Drittel ausgewechselt worden. Hast du auch wieder Luftprobleme bekommen? Ja, das ist klar. Ich meine, das merkt man natürlich schon. Es ist so eine Höhe. Vor allem, wenn es im dritten Teil das Spiel in die Drittel ist, ist sowieso so viele Boxen sind die russischen Falska. Ja, herzlichen Dank. Ich würde sehr gratulieren zum Titel, zum vierten Titel. Ja, danke. Ja, danke. Ja, danke. 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 Danke.